Die Menz verläuft in Schüben, das heißt sie ist fortschreitend und häufig dann, wenn sie weit fortgeschritten ist, ist das ein Mensch, der in einer palliativen Situation sich befindet. Der stirbt noch nicht, aber er ist palliativ, weil wir diese Krankheit nicht mehr heilen können. Wir können nur ein anderes Therapieziel wählen. Wie lautet jetzt das Therapieziel von Palliativversorgung? Und das ist mir das zweite Wichtige. Wenn Sie das in zwei Wochen noch wissen, bin ich noch glücklicher. Ich rufe dann mal an. Also keine Nummern hinterlassen. Das Ziel von Palliativversorgung heißt, und jetzt sind vielleicht einige überrascht, Lebensqualität. Das Ziel von Palliativversorgung